Und Space Cake, eine US-Stute, zehn Jahre alt, von Stacatol. Mal kennen. Schwester zu Donald Bittaker, den wir schon gesehen haben, der vier Strafpunkte hier absolviert hat. Vier Punkte auch von Joseph Stockdale. Also eine Nullrunde tut Not für Großbritannien. Sollte was mit vier Punkten passieren, wären die auch schon auf jeden Fall mit dabei. Wie man erzählt, Ann Bittaker, drei Brüder noch, selbst jetzt schon Mama und wieder zwei Jungs. Also bei den Bittakers gibt es viele Jungs. Denn auch ihr Vater, Steven, hat noch zwei Brüder, Michael und John. Also bei den Bittaker, Michael und John. So, und England hofft auf die Nullrunde. Glück gehabt hier am Aussprung, alles liegt noch. Und da kommt die Nullrunde für Großbritannien. Einmal vier sind weg. Und dann sind es vier Punkte genauso viel wie Deutschland. Schöne Runde von Ellenbittaker. Schöne Runde von Ellenbittaker. ... Untertitelung des ZDF, 2020